Da muss ich erstmal hier rüber. Und wie geht's weiter? So, das ist auf jeden Fall... Ich soll da runter, okay. Na ja, dann hier rum. Und eine Datenkarte. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich halt doch wieder... ...hier runter und da drüber rüber und keine Ahnung. Also doch wieder runter und wieder rauf zu können. Schade, ich hätte gehofft, dass ich das einmal runter gesparen kann. Was sagst du? Oh, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja. Ja, ist okay. Aber es sah aus, als wären alle hinter uns her. Ein Nexu, ein Reek und ein Acklay. Ich hoffe, sie sind nicht zu weit gekommen. Also, seid wachsam. Okay. Ja komm. Nein, ich will's jetzt nicht. Danke. Nein, das will ich auch nicht. So, wie kam ich da jetzt nochmal hoch? Ach ja. Ach ja, die Netze. Die sind glücklicherweise noch da. Äh... Hier brauchen wir noch einen... Links, ein Kopfgeldcharakter. Danke sehr. Dafür brauchen wir wieder einen Jedi oder sonst irgendwas. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ich glaube, es ist hier noch ein Plateau. Puh. Ich glaube, die Level-Designer haben zu was gerechnet. Mehrfach. Ich glaube, die Level-Designer haben zu was gerechnet. Mehrfach. Dann wollte ich hier rüber. Die Küberschlucht. Wo haben wir noch irgendwelche? Den einen haben wir da oben noch. Dann haben wir hier drüben noch welche. Und weiter geht's. Hier braucht es jemand anderen. Wenn ich jetzt wüsste, wohin. Hier Oberteil. Ach, geht. So. Ich habe neue Pizze erhalten. Na toll. Hilfe! Ich brauche uns... Seid nur vorsichtig. Ich habe mich wahrscheinlich erwähnt. Aber die Syparatisten würden unabhängig. Das denken nicht besonders. Und sie hassen illoleale Deserteure. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum... Äh, warum sie illoleale Deserteure hassen. Das sind doch voll coole Leute oder so. Hopp. Das Tunneltierchen. Und aufhören noch den ab. Äh, da bin ich reingekommen. Da muss ich hier lang, oder? Falsche Karte. Oh nein. Ich war schon richtig. Aber durchs Hodobashield... Wird garantiert kein Problem sein. Oh. Hier braucht es einen Druiden. Hier brauchst du dir einen anderen Teil des Druiden. Na komm. Nicht den... Den Dahl. Mit dem Hintern. Aber es funktioniert. So. Ich würde mich jetzt gerne noch umsehen, was hier noch ist. Hier das Ding zum Beispiel. Oh. 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 Das ist die richtige Taste. Oh, wie wundervoll. Kooperationen der Konföderation. Ich will dieses Ziels da haben. Ich glaube, ich weiß, wen ich dafür brauche. Oba, du bist dran. Oba, Fett. Kopfgeldjäger, Jetpack-Pilot, zuständig. Geht auf. Eine hochverdiente Beläser wird abgeschlossen. Kurzes Meeting. Gut, mehr kann man hier auch nicht mehr machen. Dann müssen wir noch da hin. So. Ähm, die hoch. Ich wollte zu dem Gerüchter. Das ist jetzt mittlerweile hier. Okay. Dann rennen wir nochmal da rüber. Du bist nicht das Gerücht. Okay. Bist du ein fliegendes Gerücht oder was? Hilfe! Ich brauche Unterstützung! Hier, bitte! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Der Reg. Das war der eine. Danke. Ich weiß nicht, wer oder was das Ding verärgert hat, aber ich bin froh, dass ihr aufgetaucht seid. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich brauche eine frische Uniform. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, ähm, so. Lebenaufträge, befreie deinen Geist, äh, tu in Katastrophe. Markieren. Wo denn noch? Da, tu gut. Einfach mal in die Richtung laufen. Welches Tier dürfen wir als nächstes zählen? Ah, den weggst du. Geht doch. Hey, Finger weg von meinem fiesen Katzenfienz. Ich hätte es erledigt, wenn ihr mich nur gelassen hättet. Aber das scheint dann wohl erledigt zu sein. Also, ciao. Ciao. So. Dann fährt ihr nur noch der Eckle. Einfach, weil ich es kann. Na, wo sind sie denn? Da ist er. Vorsicht, dieses Vieh meint es ernst. Es kommt näher, sogar wenn es ihm verboten wird. Ich warne dich, du großes... Du... Du... Ich glaube, damit habe ich auch das erledigt. Mal ausgezeichnet. Gut gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Ich gehe lieber zum Commander zurück. Er macht sich bei sowas immer solche Sorgen um uns. Ja. Da wollen wir auch mal hin. Ihr habt meine Männer gerettet. Wie kann ich euch je dann... Oh, ich weiß. Wie wäre es mit Karten für die Arena? Nein. Nein, ihr habt wohl schon genug von diesen Kreaturen gesehen. Wie wäre es dann damit? Ja, eine Kreaturenkatastrophe abgeschlossen. Und damit ein weiteres Steinchen bekommen. Was haben wir hier noch im Gerücht? Habe ich mit dir nicht schon gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Shackley hat gekündigt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Bauchleine für Hybriden eingeben soll. Er hat mir keine Ahnung, ob sie mich da lassen soll. Er hat nur gesagt, es ist ganz einfach. Tja, Shackley, für mich ist es nicht einfach genug. Ähm... Gut, wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die wir jetzt spontan dazu bekommen haben. Das Ding hier, wo ich nicht rankomme. Das Ding, wo ich nicht rankomme. Aber das Ding, das ist, glaube ich, neu. Schauen wir doch mal. Vielleicht kriegen wir den Stein ja noch. Okay, nicht mit diesem Charakter. Darf weiter und darf weiter klassisch. Nehmen wir mal Racer. Tief. Äh, okay, das hat nicht funktioniert. Ich würde gerne da dran kommen. Ach, da fehlt noch eins. Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Wo kriegen wir das jetzt her? Wo kriegen wir das fehlende Teil her? Ja. Mann, aber es liegen die Dinger immer relativ nah dran rum. In dem Fall aber nicht. Wie gemein. Ich habe hier aber auch tatsächlich keins gesehen. Ach, da drüben brauche ich eh den Druiden. Der auch besser hochkommt als, äh, Freude an Peppety. Was wollt ihr? Ihr könnt mich ohnehin nicht verstehen. Können wir dieses Nichtschwamgeister. Was? Ihr könnt mich verstehen? Hoppla. Okay. Wir kümmere dich nicht Schwamgeister. Das Ding ist zu mitnehmen. Vielleicht fallen ja die richtigen Teile ab, wenn wir... ...die Teile auch kaputt machen. Nein. Wo war ich eben? Bäh. Steuern ist mit den Dingern echt kacke. Okay. Anderer Plan. Wir brauchen den Cocktailjäger. Und der, 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 der sollte zumindest schon mal hier hinkommen. Alternativ auch ein... ...Schrottsammer, okay. Ich kann auf mich aufpassen. Gut. Netzwerke nützt hier eh nichts. Weil wir nichts zu... ...Netzwerke haben. Okay. Das Rätsel kann ich, glaube ich, gerade nicht lösen. Ich weiß nicht warum und wieso und wo es... ...ääh, wo das Ding herkommen soll. Aber gut. Wir haben Geonosis geschafft. Ich denke mal, wir haben Tatooine so weit geschafft. Dass wir da jetzt auf dem Planeten... ...Großteils clear sind. Das ist schon mal ganz okay. Mit dem Wissen werde ich jetzt... ...auf diesem wunderbaren, schönen Schwambewusstseinsplaneten... ...den Stream für heute beenden. Und sage einem wunderschönen guten Abend. Ja, genau. Ihr seht jetzt das Hintergrundbild, glaube ich, ...aufgrund dessen, dass es... ...ja, eine gewisse Zeit lang gebraucht hat. So, ich gebe euch mal weiter. Zu...